Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, recht herzlich willkommen zum heutigen Mittwochstudio von GOP. Heute wollen wir reden über Staubsauger, über Frühlingsmode und über ein neues Waschmittel. Viel Vergnügen. Falls Sie für Ihre Frühlingsputze dann noch einen zuverlässigen Helfer suchen, hier ist eine günstige Gelegenheit. Dieser leistungsfähige und formschöne Staubsauger Satrap Concord bietet Ihnen viele Vorteile. Er hat zum Beispiel ein 6 Meter langes Kabel mit einer speziellen Aufrollautomatik. Dieser Schlittenstaubsauger Satrap Concord von GOP hat für Teppich eine drehbare Pedalodüse mit einer speziell breiten Auflagefläche. Und so einfach ist das Umschalten und Fürsten für die harten Böden. Noch schnell schauen, ob es einen neuen Staubsack braucht. Das Auswechseln des Staubsackes geht so einfach. Und so können Sie mit dem Satrap Concord Stegen saugen und einen Platz sparrend versorgen. Der leistungsfähige Schlittenstaubsauger Satrap Concord gibt es jetzt bei GOP mit 2 Jahren Garantie und zu einem Preis, der für diese Spitzenqualität absolut einmalig ist. Jetzt kommen wir noch zu den Kurzinformationen über weitere aktuelle Angebote dieser Woche. Die Broschüre, worauf Sie beim Kauf eines Elektrogerätes achten sollten, ist eine der vielen GOP Konsumenteninformationen, die Ihnen helfen besser einzukaufen. Sie kommen die interessante Broschüre kostenlos über bei GOP Schweiz, Konsumentendienst, 4002 Basel. Und jetzt präsentieren wir Ihnen das aktuelle GOP Bekleidungsangebot. Modisch aktuell die neuen Frühlingsmodelle. Sie sind leicht und angenehm zu tragen. Sweatshirts auch für die ganz Kleinen, in einer pflegelichten Baumwoll-Polyesterkombination. Die Sweatshirts für die ganze Familie gibt es jetzt in den GOP Center und GOP Warenhäusern zu Frühlingspreis. Die grosse Neuheit bei den Waschmitteln ist das flüssige Vollwaschmittel. Neu bei GOP gibt es jetzt Visier. Das flüssige Vollwaschmittel von 30 bis 60 Grad ohne vorzuwaschen. Und jetzt schauen wir noch in die Studioküche zum GOP Rezept der Woche. Guten Abend miteinander. Diese Woche gibt es im GOP Hit Angebot Wienerli. Und da ist ein sehr einfaches Rezept dazu. Wienerli im Teig für vier Personen. So wird es gemacht. Ein Pfund Blätterteig ausgewalt. Mit etwa 40 Gramm Käse bestreuen. Und mit dem Wallholz noch einmal drüber fahren. Dann werden Wienerli in 3 cm breite Teigstreifen eingewickelt. Und mit Eigel bestrichen. Nach 15 bis 20 Minuten. Bei 220 Grad im Backofen können wir die herrlichen Wienerli im Teig auf den Tisch bringen. Einen guten Miteinander. Eine gute Idee. Und das ist sicher auch etwas, das die Kinder gerne haben. Und das Rezept finden Sie in der GOP Zeitung. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen und wünschen noch einen schönen Abend. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP 1 kg Weissmehl für 1,40 €. Eine Tauben Zabasta, Colgate Fluor und Mineral. Mentat NC oder Elmex für 2,45 €. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. 5 kg Vollwaschmittel Dixan statt 15,50 € nur 12,50 €. 1,7 kg Feinwaschmittel Doranda statt 6,90 € nur 5,90 €. 4 kg Gewebeverrädler Comfort statt 97 € nur 6,50 €. Auf Wiedersehen.